Seid gegrüßt meine lieben Freunde, ich hoffe euch geht es gut, ich hoffe ihr habt den Tag gut überstanden und genieße jetzt langsam den Nachmittag. Seaboy execute. Seaboy, mein wunderbarer Psychopath mit seinen psycho abgefuckten Tracks, ich freue mich riesig drauf. Lass uns mal loslegen, ich bin jetzt gerade seit ein paar Stunden wach in letzter Zeit, so bin ich ein bisschen kaputt, weil ich einfach viel zu tun habe. Aber so ist das Leben halt, deshalb würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen Musik reinhören. Ich bin in den Vestommer, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Du rap que de la merde, ici on se bat le coup. Si mes Odis ont calibré, je vais prier pour vous. Contre ces bata, pas de pétagouche. Je suis hé, sans la torture, je trouve c'est du gâchis. Ha 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 ha, je me cherche, mais je suis là, là, là. Si c'est lui le gros bata, nègre exécution. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha. Kodéine, je rap-babade. Avec petit mal, on trouve que c'est tous des bons boucles. Je suis transfusé, argot africanisé. Kodéine, flots américanisé. Sur le réseau, chauffe le pondou. Mon corps s'arrampuit tout à dos. Mes ennemis me subsolent de vaudou. Cargouler avec un boubou. Mets-toi, dis-moi, qu'elle fera-tu ? Ma savent d'un calme. Tous l'avant-dedans. Les putains me fais-ce-qui. Faire semblant d'être bêtes. Pour mieux les prendre en surprise. Espèce négro-ca-ca-ca-che. Chaque rime est organisée, avec précaution. Un peu de l'inneu, je rap-babade. Avec petit mal, on trouve que c'est tous des bons boucles. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ich mach mal Stopp hier. Ihr wisst ganz genau, dass ich jeden Rapper supporte. In dem Fall Seaboy besucht den hier auf Twitter, Instagram, Facebook oder was ist das hier? Ja doch, ich glaube es ist Instagram, ne? Danke für die Empfehlung, der Track ist braun, braun Alter, ich Also einige Sachen waren einfach gar nicht hervor Normalerweise, wenn man sich so ein bisschen konzentriert, dann weiß man so, wann der Beat so aufhört So die Drum oder die Snare und ab und zu mal nicht Und da kann man sich so ein bisschen einstellen Und hier konnte man sich einfach gar nicht stellen, weil Wie gesagt, danke für den Track, danke für die Empfehlung Das Bomben Track, Alter Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bis demnächst, ciao